Hallo, heute möchte ich euch gerne meine Lieblingsmischung bzw. meine Lieblingskombinationen von unseren Nail Force Color Powder zeigen. Und zwar ist das einmal das Color Powder Purple, die 47, und das Flamingo. Das Flamingo sind so kleine Goldsplitter, die finde ich so richtig schön. Und ich habe jetzt einfach mal einen Stift präpariert mit einer Schablone. Und ich arbeite auf dem Nagel jetzt erstmal ein Cover mit Acryl. Da das ja jetzt hier kein richtiger Nagel ist, werde ich gleich das Cover ein bisschen mehr ausdehnen. Normalerweise würde ich ja einen Farbverlauf machen, mit dem Cover nach oben, mit Pink. Aber hier auf dem Stift würde das doof aussehen. Deswegen arbeite ich direkt komplett das ganze Nagelbett mit dem Cover, weil es einfach schöner aussieht. Das Praktische daran ist, wenn man an einem Stift arbeitet, man kann sich hinterher den Nagel aufbewahren und einen Ring daraus machen. Also das habe ich schon ziemlich oft gemacht, wenn ich ein Design ausprobieren wollte. Dann habe ich auf einer Schablone, auf einem Stift, das Design ausprobiert. Ob es auch wirklich gut aussieht, weil ich stelle mir oft Designs vor. Und dann möchte ich gerne wissen, ob die auch wirklich gut aussehen. Und bevor ich mir die ganze Arbeit mache, probiere ich das erstmal aus. Weil wenn ich längere Modellagen mache, dann möchte ich ja auch, dass mein Modell mit schönen Nägeln geht und ich mich nicht hinterher ärgere. Das ist eigentlich der Grund. Genau wie an einem echten Finger, arbeite ich mit dem Acryl meine Mauer. Den Pinsel habe ich gerade abgestreift, weil ich Produktreste am Pinsel hatte. Die dürfen nicht dranbleiben, wenn dem so ist, würde der Pinsel verkleben und das ist überhaupt nicht gut. Da ich ja jetzt hier auch keinen echten Finger habe, trocknet das Ganze ein bisschen langsamer. Es ist nicht besonders warm hier drin. Deswegen muss ich immer wieder nachgehen. So. Jetzt habe ich die Zunge gelegt. So. Und jetzt setze ich mein Purple. Ich mache bei den Prototyp-Nägeln eigentlich immer schöne, lange Modellagen. Wenn ich da einen Ring hinterher raus mache, dann sieht das richtig gut aus. Also ich arbeite das dann auf einen, mit Acryl klebe ich quasi den Nagel auf einen Ring-Rohling. So, lass das schön lang auslaufen. Ihr könnt unsere Color Powder sehr dünn verarbeiten, weil die so hoch pigmentiert sind. Da wäre der Topf einfach viel zu schnell leer. Und das wollen wir nicht. So, schön sauber. Das ist auch eine ganz tolle Idee, zu Hause zu üben. Wer noch nicht so fit ist in Acryl, im Powder-Liquid-System, der kann wunderbar auf dem Stift das System üben. Man kann natürlich keine wirklichen Modellagen damit üben. Aber die Fertigkeit, mit Powder-Liquid und Pinsel umzugehen, das kann man wunderbar üben. So, ich setze die Farbe schön hoch an die Kante. Ich arbeite auch auf dem Stift immer ganz besonders ordentlich und sauber. Ich möchte möglichst wenig Pfeilarbeit gleich haben, weil ich ja eigentlich nur das Design ausprobieren möchte. So, jetzt nehme ich von dem Flamingo. auf die Spitze, ganz wenig nur, und verteile es auf dem Rest. Nicht so viel, sonst geht mir hinterher mein schönes Purple unter. Wenn ich zu viel habe, nehme ich einfach was weg. Ich möchte nur diese Kombination. Und jetzt fülle ich mit Clear meinen Nagel auf. Ganz in Ruhe. Erst die Kante vorne. Auslaufen lassen. Nächste Clear-Bällchen. Bei kurzen Nägeln brauche ich natürlich nicht so viel Clear. Nach rechts und nach links verteilen. Und an die Smile-Line andocken. Und nur ausfüllen. Das Nagelbett habe ich ja schon mit dem Cover gearbeitet. Einmal von der Seite schauen. So, jetzt sehe ich, dass ich hier, ich das von der Seite halte, mein Aufbau fehlt hier im Nagel. Ich möchte auch, dass mein Prototyp einen schönen Aufbau hat. Deswegen nehme ich auch nochmal Clear und arbeite den Aufbau. so wie er im wirklichen Leben also am Nagel auch gearbeitet werden sollte. Selbst mein Prototyp aus dem ich einen Ring machen kann sollte ich ordentlich arbeiten. Ja, ich sehe gerade hier ist noch ein kleines Loch. Das fülle ich auch noch auf. Von der Seite. So, ich kann sogar diesen Nagel pinschen. Das mache ich eigentlich immer. Ich warte bis das Material so gut getrocknet ist. Dann nehme ich mit einem Spatel den Nagel gleich runter von der Schablone und pinsche mit der Zange den Nagel in die gewünschte Form und den kann ich also wenn ich einen schönen Prototyp für einen Ring haben möchte dann kann ich den sehr stark zusammen pinschen dann bekommt er hinterher auf dem Ring eine richtig schöne Form. So, und jetzt warten wir erstmal bis das getrocknet ist und im nächsten Video zeige ich euch wie ich das Finish mache und wie ich das dann ähm wie ich den Nagel auf den Ring setze. bis bald und jetzt